Beschreibt Karglas mal als Arbeitgeber mit eigenen Worten. Karglas als Arbeitgeber? Okay, wie viel Zeit haben wir denn? Ich bin Ben Stiller, ich bin 39 Jahre alt und seit, ja, sage und schreibe 15 Jahren schon Karglaser. Karglas hat so einiges möglich gemacht. Letzte Woche habe ich meinen sechsten Werbespot gedreht und das ist dann schon immer sehr, sehr amüsant und auch schon eine Ehre. Ein Karglaser muss ein bisschen verrückt sein, im Positiven verrückt sein. Er muss Lust haben, er muss sich auf viele Dinge einlassen. Ich war früher kein Glasprofi, hatte keine Ahnung von Glas. Das sind halt alles Sachen, die ich bei Karglas gelernt habe. Und irgendwann stehen einem die Türen auf, Thema Führung, Thema Technik oder wie auch immer. Oder was ganz, ganz anderes. Wenn du die Lust dazu hast und dich entscheidest, dann kriegst du auch die Unterstützung. Also das war zumindest in meinem Fall so, ich habe hundertprozentige Unterstützung bekommen. Es ist kein Sitzschein, den man bekommt, da muss man schon einiges tun. Aber am Ende des Tages ist es genau das, was einem weiterhilft. Karglas ist ein Unternehmen, was einen fordert. Aber Karglas ist auch ein Unternehmen, wenn du willst, dass sie aufmerksam auf dich werden, dann hast du auch die Chance, weiterzukommen. Rund 2 Karglas